Hallöchen Freunde, cool, dass ihr am Start seid. Heute quatschen wir mal ein bisschen über Super People. Ein neuer Battle Royale Shooter, zumindest hier in Deutschland. In Korea gibt es das ganze Spiel, wo schon ein bisschen länger. Hier in Deutschland, seit Dezember erhältlich, einfach auf Steam den Zugriff anfordern, könnt ihr das Ganze runterladen. Knappe 30 GB ist es groß, Free to Play macht richtig, richtig Bock. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal ein bisschen, worum es geht und auf was ihr achten müsst. Viel Spaß dabei! Ihr könnt erstmal auswählen, ob ihr das Ganze in der Verfolger- oder Ego-Perspektive zocken möchtet. Den Sinn dahinter verstehe ich nicht ganz. Also klar, die Perspektive verändert sich. Aber ihr könnt das die ganze Zeit auch dauerhaft im Spiel mit der Taste V auf eurer Tastatur hin und her switchen. Deswegen weiß ich nicht ganz, warum man es hier schon auswählen soll. Vielleicht kommt man dann halt einfach genau in eine Lobby, wo die Leute halt größtenteils diese Perspektive spielen. Aber egal, ihr könnt es auf jeden Fall hin und her switchen. Macht auch Sinn in der einen oder anderen Situation, weil man halt in der Verfolger-Perspektive ein bisschen besser um Ecken und Kanten drumherum gucken kann. Von daher, ich switche ständig. Macht sich so definitiv ein bisschen geiler, wenn man irgendwie in einem Haus ist und mal schnell um die Ecke gucken möchte. Solo, Duo und Squad gibt es. Brauche ich glaube ich nicht groß zu erklären. Ihr kommt auch in eine automatische Spielersuche rein. Dann gehen wir hier oben erstmal ein bisschen im Menü durch. Also, wir haben die Waffenkammer. Hier könnt ihr euch geile Waffen herstellen. Dazu braucht ihr Baupläne. Die findet ihr während des Spiels. Mal gucken, ob wir gleich im Gameplay eins finden. Dann kann ich es euch zeigen. Ich finde es ein bisschen doof gemacht, dass man nicht sieht, was man schon perfekt freigeschalten hat oder wie viel noch fehlt. Weil, ihr seht zwar hier drüben an dem Punkt, an dem Ausgefüllten oder an dem Viereck eher, ob ihr schon was gefunden habt. Also, hier in dem Moment eins. Ich fände es tatsächlich ein bisschen geiler, wenn hier stehen würde eins von fünf. Weil sonst musst du die ganze Zeit immer durchscrollen und gucken und draufklicken und sehen, ah, hier habe ich erst eins, ah, hier habe ich erst eins. Aber okay, ist eine Kleinigkeit. Das Kriegspaket hier oben ist euer Loadout, wie bei Varson zum Beispiel. Das kommt immer im Spiel von einem Helikopter runtergetroppt, auch mehrfach, immer nach einer unterschiedlichen Zeit. Und dort habt ihr verschiedene Sachen drin. Ihr könnt euch vorher aber auch sagen, ey, ich möchte den Gegenstand, den Gegenstand, den Gegenstand haben. Dann müsst ihr aber dafür Kohle bezahlen. Ihr seht es hier drüben, 200 Goldmünzen würde es kosten. Die Münzen findet ihr im Spiel und kriegt auch einen Bonus am Ende des Matches, je nachdem, welche Platzierung ihr abgeschlossen habt. Also, die könnt ihr ansammeln, könnt euch hier was raussuchen. Zu den Kapseln und so kommen wir gleich nochmal. Das sehen wir dann ingame, was die Schönes machen. Inventar habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten. Ihr seht meinen freshen Look hier drüben. In jeder Runde, die ich anfange, werde ich erst mal direkt, also wenn ich jetzt nicht Solo zocke, gefragt. Why are you gay? You are gay. Oh Gott, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, witzige Sache. Ihr könnt euch natürlich hier was Schöneres raussuchen. Vor allem halt dunklere Sachen oder auch grün, weil ihr spielt halt im Freien und es ist sehr, sehr viel Grün. Und da könnt ihr ein bisschen mehr Deckung rausholen mit eurer Klamotte. Ich fand das jetzt einfach mal ganz witzig und habe mich so angezogen. Hier oben in der Season seht ihr den Rang, Top 100 und so. Ihr seht, ich bin aktuell einer der besten Spieler hier im Game. Habe jetzt ein paar Runden gespielt. Level 7 ist noch nicht allzu viel, aber genug, um euch ein bisschen zu zeigen, worum es hier geht. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt in eine Lobby. Spiel gestartet und ihr bekommt erst mal einen von den 12 vorhandenen Super People vorgeschlagen. Wir in dem Moment haben jetzt den Marinesoldat. Jeder Super People hat eine andere Fähigkeit und andere Stärken. Ihr seht hier drüben immer ein kleines Video, was der Typ kann. In dem Moment haben wir hier die ultimative Fähigkeit Dunstwand. Das heißt, es erzeugt einen Nebel. Ist halt geil, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid oder irgendwie die Position wechseln wollt. Mal fix einen Nebel erzeugt. Habt ihr halt etwas mehr Schutz. Ansonsten gibt es hier Rot, Grün und Blau. Rot ist immer so Stärke, Kraft, sage ich mal. Grün ist Verteidigung, Blau sind so Gadgets oder Zusatzfunktionen. Ihr findet die Kapseln, die wir gerade eben schon gesehen haben im Spiel. Es gibt Rote, es gibt Grüne, es gibt Blaue und es gibt Weiße. Rot schaltet was von dem Roten frei, Grün vom Grün, Blau vom Blau. Weiß macht zufällig irgendwas. Einerseits schaltet ihr die Sachen hier frei. Und ihr könnt die auch noch weiter aufleveln, bis hier alle drei Balken unten sind. Einfach mit der Maus drüber gehen, dann seht ihr auch schon, was bringt das Ganze. Ihr kriegt immer eine Waffe zugeteilt. Hier in dem Moment die M16. Diese Waffe, die euch hier angezeigt wird, variiert. Also der Marinesoldat hat nicht immer die M16. Das ist jedes Mal was anderes. Vorteil ist aber, diese Waffe ist definitiv zu 1000% in dem Loadout mit drin. Also in dem Kriegspaket und ihr habt immer mehr Schaden mit der Waffe, wenn ihr die benutzt. Ihr könnt natürlich auch jede andere Waffe benutzen, die ihr findet. Aber mit der Waffe macht ihr mehr Schaden und es macht definitiv Sinn. Also ich versuche eigentlich immer die Waffe zu spielen. Einerseits ist die im Kriegspaket immer schon ziemlich geil. Also es ist keine ungewöhnliche, sondern schon was besseres. Sehen wir gleich nochmal. Ja, es sei denn, ich habe jetzt natürlich einen richtig doofen Super People. Dann könnt ihr hier unten für 100 Goldmünzen aber auch noch zufällig einen anderen nehmen. Oder für 500 könnt ihr noch einen spezifischen auswählen. Müsst ihr halt wissen, ob es euch das wert ist. Ich jetzt am Anfang zocke erstmal immer der, der mir vorgeschlagen wird, damit ich alle ein bisschen kennenlerne. Wenn man sich da natürlich irgendwann mal eingespielt hat, gar keine Frage. Macht es Sinn, sich da einen spezifischen auszuwählen. Ich mache auch nochmal ein Video zu allen Super People im Spiel, die es gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt doch gerne mit einem kostenlosen Abo dabei. Ihr unterstützt mich damit auch noch und ich freue mich drüber. Und dann sind doch irgendwie alle happy, oder? So, ihr seht schon, die Zone in dem Spiel geht nicht über die ganze Map. Finde ich sehr, sehr geil, weil so habt ihr bei jedem neuen Match immer einen anderen Bereich von der Map, den ihr spielt. Somit bleibt das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher. Teilweise ist die hinten hier immer mal anders. 65 Spieler können auf die Map gleichzeitig drauf. Und die Zone passt sich auch an, je nachdem wie viele Leute dabei sind. Weil manchmal kriegt ihr eine Lobby nicht ganz voll. Wenn jetzt nur 40 Leute dabei wären, wird die Zone etwas kleiner, dass ihr euch halt eher trefft und nicht ganz so langweilig wird. Oben rechts seht ihr noch, wie viele Passagiere unterwegs sind. Ich versuche jetzt hier erstmal bis zum Ende zu fliegen, dass wir irgendwo ein Gebiet kriegen, wo nicht ganz so viel los ist, damit ich euch hier ein bisschen was zeigen kann. Taste F kommt hier raus. Ihr könnt den Fallschirm auch öffnen. Ihr seht dort rechts einen Balken mit der Höhe. Sobald ihr diesen Strich erreicht habt, was wir gleich tun, öffnet sich der Fallschirm automatisch. Wichtig zu sagen ist noch, ihr könnt den Fallschirm nicht wie bei Vason zum Beispiel wieder schließen und immer wieder öffnen. Das geht nicht. Ihr könnt den nur ganz am Ende, seht ihr auch gleich, könnt ihr das Ding einmal kappen und seid ein bisschen schneller am Boden. Aber Vorsicht, es gibt auf jeden Fall ordentlichen Fallschaden. Jetzt in dem Moment hat man noch Glück, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt bei dem Fallschirm auch Steuerung drücken, dann kleidet ihr ein bisschen, wenn ihr weiter weg wollt und mit Shift geht ihr so ein bisschen in den Sinkflug. Da seid ihr dann schneller unterwegs, aber halt auch kürzer, ist klar. Es gibt Energieriegel. Die Dinger sind ultra wichtig. Vergesst die auf gar keinen Fall. Wenn ihr die Taste T gedrückt haltet, seht ihr die. Geschwindigkeit, Verteidigung, Kraft. Brauche ich nicht erklären, Verteidigung gibt Verteidigung, Geschwindigkeit seid ihr schneller, Kraft macht ihr mehr Schaden. Immer ein Reinsnacken dauert ein paar Sekunden. Ganz wichtig auch dabei, immer wenn ihr so eine Anzeige habt, wenn ihr irgendwas herstellt oder so einen Riegel reinfuttert. Nichts anderes aufheben, keine Türen aufmachen, es wird jedes Mal interrupted, nervt extrem. Ich fände es cool, wenn man das nicht machen würde, aber okay. Wie gesagt, Taste V, Ego-Perspektive, Verfolger-Perspektive und dann können wir hier erstmal wie in jedem Battle Royale rumrennen und eine Waffe suchen. Ganz wichtig, wenn ihr eine Waffe findet, die ist immer leer. Ja, es liegt zwar meistens Munition daneben, müsste aber auch noch reinladen. Mir ist der Fehler gleich am Anfang passiert, hat mich richtig geärgert. Irgendjemand war bei mir in der Nähe, schnell Waffe gesucht, hingerannt, losgeschossen und es kam nichts raus. Ja, ist doof. Es gibt prinzipiell erstmal drei wichtige Gegenstände im Spiel. Mit der Taste Tab kommen wir hier in das Menü. Das ist der Helm, das ist die Schutzweste und das ist der Rucksack. Ihr findet die Sachen. Weiß ist normal, grün ist ungewöhnlich, blau ist schon selten, glaube ich. Ne, lila ist selten, ich weiß nicht wie blau gerade heißt. Also blau kommt, lila und dann kommt noch orange, das ist mythisch, das ist dann das absolute Maximum. Also von Stufe 1 bis Stufe 5. Worum es in dem Spiel geht, ist halt, dass ihr eure Sachen aufwertet. Das ist prinzipiell erstmal das Allerwichtigste. Jetzt sehen wir hier weiß, jetzt haben wir den auf Stufe 1. Wir können den aber auf Stufe 5 kriegen und zwar genau mit den goldenen Sachen hier. Das sind nämlich Stoffe, Leder, Materialien einfach, die ihr braucht, um eure Sachen herzustellen. Ihr seht es jetzt schon unten links grün neben der Map. Wir könnten jetzt schon den Rucksack Stufe 2 machen, weil wir halt gerade die zwei Gegenstände gefunden haben. Das heißt, wir gehen hier drauf, rechtsklick und der Crafted holt sich hier so einen kleinen Taschenambus raus und zack haben wir den Rucksack Stufe 2. Wir könnten auch jetzt hier unsere M16 auch schon hochstufen und dann sehen wir, die ist auch besser geworden. Jetzt ist sie nämlich grün. Es gibt noch Zielfernrohre und so kleine Gadgets, die man halt mit ranschrauben kann, um halt besser zu zielen. Hier haben wir noch eine kugelsichere Weste. Geil, da haben wir gleich alles dreist gefunden. Da kann ich euch das nämlich auch so ganz gut zeigen. Wichtig noch zu sagen ist, ihr könnt auch jederzeit euren guten Rucksack gegen einen schlechten Rucksack tauschen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ist mir halt am Anfang passiert, wenn ihr den Stufe 3 habt und ich bin halt am Anfang so gewesen, ich renne halt rum und drücke einfach überall auf Aufnehmen, ja, und dann haust du deinen Stufe 3 Rucksack weg und kriegst einen Stufe 1 Rucksack. Ist doof, aber ihr müsst eigentlich nur darauf achten, dass die Gegenstände nicht leuchten. Also wenn du einen Stufe 2 Rucksack hast, dann ist... Ah, nein, jetzt kommt die Zone. Viel zu lange gequatscht, scheiße. So, Moment, wir müssen mal rennen. Ah, dann können wir gleich mal zur Zone kommen. Das ist in dem Spiel ein Eissturm, der macht euch Schaden. Aktuell Stufe 1, seht ihr oben über der Map, also unten, aber über der Map, so rum. Ja, desto stärker der ist, desto mehr Schaden macht der natürlich auch. Also da ein bisschen aufpassen. Wir haben auch eine Superkapsel gefunden. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo endet denn die Zone? Wir müssen noch ein kleines Stück vor. Ich hoffe, hier kommt gerade keiner. Das wäre ein bisschen doof, weil ich möchte es euch in Ruhe erklären, weil hier nebenbei richtig hardcore am Schwitzen sein und erklären, macht sich nicht so gut. So, also wir haben eine Superkapsel. Die nehmen wir auf und damit kriegen wir jetzt gleich unten rechts eins von den blauen Geschichten freigeschalten. In dem Moment im Wasser leiser und stärker. Da hat jeder Superpiepel seine eigenen Fähigkeiten. Hatte ich ja gerade schon erklärt. Jetzt haben wir hier wieder einen Stufe 1 Rucksack und eine Stufe 1 Weste bringt uns nichts. Granaten gibt es auch von Rauch, Blend und normalen Sprenggranaten. Hier haben wir Münzen. Hatte ich ja vorhin auch erklärt. Ihr könnt da auch aufsammeln, um halt dann zum Beispiel den Superpiepel zu wechseln. Ja, wir haben immer verschiedene Munitionen zu den Waffen. Da müsst ihr auch ein bisschen gucken, welche ihr aufsammelt, weil euer Rucksack ist auch schnell voll. Ihr habt hier oben die Kapazität stehen. Desto höher der Rucksack, desto mehr könnt ihr natürlich auch mitnehmen. So, Spule ist zum Beispiel jetzt auch was gewesen. Brauchen wir zum Beispiel zur Herstellung von Zahnrädern, was wir dann wieder brauchen, um andere Sachen herzustellen. Also das A und O im Spiel, um es mal kurz zu sagen, ist halt wirklich looten und eure Gegenstände hochcraften. Weil die kugelsichere Weste und der Helm natürlich deutlich mehr Rüstung bieten, desto höher das Level ist. Wir gucken mal, dass wir hier ein paar Sachen finden, dass ich euch das mal zeigen kann. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel was drin. Ist gerade in der Zone, aber ist erstmal nicht schlimm. Ihr habt außerdem, seht ihr rechts neben der Map unten, eine Autosuche. Das heißt, das Spiel scannt die Umgebung ab und zeigt euch an, wo Materialien sind, die ihr brauchen könntet. Auch auf jeden Fall keine schlechte Geschichte. Mit der Taste N könnt ihr die Map groß und klein machen und mit M könnt ihr sie natürlich komplett aufrufen und könnt euch das Ganze anschauen. Ihr seht auch immer die Zone, wo sie hingeht. Seht ihr auch an der gestrichelten Linie in der Map. Das kennt man ja schon aus anderen Spielen. Jetzt müssen wir uns schon wieder beeilen. Aber ich glaube, ich habe kein Geschwindigkeitsding. Schade. Jetzt kriegen wir gleich ein bisschen Schaden. Dann zeige ich euch aber auch, wie wir uns wieder heilen können. Denn im Spiel gibt es Erste-Hilfe-Verbände und Kompressionsverbände. Äh, Erste-Hilfe-Sets und Kompressionsverbände so rum. Und die können wir benutzen. Dann bekommt ihr über Zeit wieder Leben. So, ich hoffe mal, dass ich das jetzt überlebe. Wir sind nämlich ganz schön weit draußen gelandet. Und die Zone ist natürlich außen mal ganz schön flink unterwegs. Ach, das wäre ärgerlich, wenn wir jetzt sterben. Ich habe Dunstwand. Wir können es mal einsetzen. Und ihr seht es, das war jetzt die ultimative Fähigkeit. Wichtig dazu zu sagen, ach du Scheiße, das wird ja wirklich langsam ein bisschen knapp. Ich sollte vielleicht mehr in die Richtung rennen, in die es geht. Wie lange brauchen wir noch? Na gut, das schaffen wir, glaube ich. Ja, jetzt ist der Sturm halt noch auf Stufe 2. Da ist er noch relativ easy. Desto stärker der Sturm wird, desto mehr Schaden kriegt er natürlich auch dadurch. Die ultimative Fähigkeit, seht ihr gerade rechts, hat eine gewisse Abklingzeit. Und ihr bekommt auch generell von den ganzen Fähigkeiten, die ihr freischalten könnt, welche über Zeit. Dann kommt dann immer eine kurze Ansage. Ich glaube, Überlebensbonus freigeschalten. Und dann levelt ihr auch da weiter. Also ihr müsst nicht nur die Kapseln finden. Sondern ihr kriegt auch über Zeit ein bisschen was. So, guck mal, jetzt haben wir hier noch was. Noch einen Riegel. Hä? Nein. Da war einer. Ach, verdammt. Ja, schade. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Ich zeune gleich nochmal eine neue Runde rein, um euch den Rest zu zeigen. Aber ich kann euch nochmal kurz erklären, was passiert, wenn ihr sterbt. Also, wenn ihr Solo unterwegs seid, seid ihr einfach tot. Da habt ihr halt Pech gehabt. Wenn ihr Duo- oder Quad-mäßig unterwegs seid. Fallt ihr erstmal auf den Boden und kriecht ein bisschen rum, wie man das zum Beispiel aus Fortnite kennt. Dann könnt ihr dort ganz easy von eurem Kollegen aufgehoben werden. Wenn ihr komplett abgeschossen, also richtig getötet wurdet, könnt ihr immer noch reanimiert werden. Das dauert aber extrem lange. Also, euer Teammate muss zu euch kommen, holt so ein Reanimationsgerät raus. Und das dauert, glaube ich, 20 Sekunden. Also, das ist schon... Wenn ihr natürlich alle Gegner drumherum erstmal getötet hast, dann geht das. Aber es ist halt doch ein ganz schöner Aufwand und klappt halt meistens nicht. Von daher, nicht sterben wäre die beste Variante. In der Zwischenzeit, wo die Lobby hier gerade noch lädt, kann ich euch aber auch nochmal was zu den Operatern erklären. Oder zu den Super People von der Firma Wonder People. War wieder jemand sehr einfallsreich. Nuklear-Experte sehen wir zum Beispiel gerade. Der kann halt eine richtig geile Nuke zünden. Das Ding haut wirklich mal ein komplettes Gebäude weg. Es gibt den Teleporter. Da könnt ihr euch teleportieren. Wer hätte es gedacht. Auch eine geile Fähigkeit, um schnell von A nach B zu kommen. Den Scharfschützen gibt es. Der kann einen richtig geilen, aufgeladenen Scharfschützen-Schutz setzen. Mann, schwierig. Der ordentlich, ja, Schaden reinballert. Auch eine geile Sache. Marine-Soldat hat man gerade mit Nebel. Es gibt noch einen anderen Operator. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der kann in Gebäuden komplett das Licht ausschalten. Also, du selber als Operator siehst noch was. Aber die anderen sind wirklich komplett gebastelt. Also, ich habe es selber abgekriegt. Wenn dort einer reinkommt, das Ding startet, es ist einfach schwarz. Du siehst einfach nichts. Und der Typ kann dich komplett abballern. Neue Runde, neues Glück. So, wir gucken mal. Einmal hier schön runter, Bam, aufs Haus drauf. Perfekt. Noch eine kleine Rolle gemacht. Und los geht's. Zack, wieder andere Perspektive rein. Und jetzt gucken wir mal. So, wir haben hier wieder eine Uzi. Auch eine geile Waffe im Spiel, finde ich. Kugelsichere Helmstufe 2. Eine Kugelsichere Weste Stufe 1. Und noch ein paar Goldmünzen. Ihr könnt immer zwei Waffen haben. Also, wenn wir die noch aufnehmen, seht ihr es dann hier. Und hier könnt ihr dann auch verschiedene Aufsätze und Zielfernrohre und so weiter mit drauf basteln. Jetzt drückt mal die Daumen, dass wir hier ein bisschen Ruhe haben. So, Rucksack. Stufe 1 brauchen wir auch noch. Hier haben wir ein bisschen Schrauben. Perfekt. Und jetzt sehen wir es gerade. Der Scan zeigt uns gerade die beiden Sachen an. Die wir gebrauchen könnten. Und deswegen rennen wir doch auch mal direkt hin. Ihr könnt Türen mit F nochmal öffnen und schließen. Ihr könnt auch gedrückt halten und reinkicken, wenn ihr irgendwie einen rushen wollt. Und jetzt sehen wir es auch schon. Rucksackstufe 2 leuchtet, weil wir haben Rucksackstufe 1. Jetzt können wir den wieder hinlegen. Der wird nicht mehr leuchten. Also, ne? Jetzt sehen wir hier drüben. Oh, geil. Hier liegt sogar ein Rucksackstufe 3. Dann leuchtet der nicht mehr. Also, der ist... Er leuchtet noch, aber er ist halt nicht mehr komplett in dieser Farbe, ne? Von daher ist das ein ganz gutes Indiz. Da ein bisschen drauf achten, dass ihr hier nicht euer Zeug, euer Gutes wegwerft und gegen Schlechtes tauscht. Aber ihr seht es halt, sobald es leuchtet, ist es was Besseres. Ihr müsst bei dem Spiel ein bisschen auf den Rückstoß achten. Ihr seht es, also die verziehen schon stark, die Waffen. Je nach Waffe auch ein bisschen, ne? Die Uzi selber ist relativ geil. Aber so AK und generell so Sturmgewehre haben halt teilweise doch einen ganz schön heftigen Recoil. Ihr seht auch unten, Lebensbalken 110, daneben seht ihr es. Wir haben Helmstufe 2, wir haben Westestufe 2, Rucksackstufe 3. Sieht man halt auch anhand der Farbe. Also, es geht halt, wie gesagt, wirklich darum, alles mögliche looten, die Gegenstände alle aufwerten. Guck mal hier, jetzt können wir die AK schon direkt auf blau bringen, um halt dann am Ende, wenn die Zone immer kleiner wird, am besten mit allem auf Stufe 5 dazustehen. Ihr habt auch manchmal Glück und findet Sachen auf Stufe 5, ist aber halt eher selten. Also halt wirklich beeilen, sammeln und ausrüsten. Die Riegel auf jeden Fall nicht vergessen. Und irgendwas hatte ich gerade noch gefunden. Ach hier, Kompressionsverband. Den könnt ihr nehmen. Geht jetzt gerade nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen Schaden kriegen. Da kriegt ihr dann Leben über Zeit. Dauert aber auch einen Moment, bis der sich aufwickelt. Und ihr müsst es auch wieder abbrechen. Hier hinten ist das Kriegspaket. Warte, wir gehen erstmal kurz hier durch. Ach so, hinlegen ist übrigens auf Taste Z. Das ist mit Y ein bisschen vertauscht. Würde ich euch empfehlen, das Ganze in den Einstellungen nochmal zu switchen. Hier haben wir eine blaue, eine PPSH. Auch geiles Ding. Hat zwar ohne Ende Rückstoß, aber hat dafür natürlich ein ordentliches Magazin von 71. Und hier haben wir noch Stoff. Wir können auch nichts herstellen. Ihr seht das ja unten neben der Map. Es steht dann auch schon da. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Teilweise werden mehrere Sachen angeboten, die ihr herstellen könnt. Heißt aber nicht, dass ihr alle herstellen könnt, weil ihr mit dem einen schon die Materialien von dem anderen wieder wegnehmt. Also dann halt entscheiden, was euch da am besten gefällt. Hier haben wir das Kriegspaket. Dauert auch eine ganze Weile. Es kostet 100 Goldmünzennest zu öffnen. Dauert eine ganze Weile, bis es erstmal offen ist. Und jetzt seht ihr, hier haben wir die M4. Und die ist auf jeden Fall episch. So, wir haben noch ein bisschen Muni, Kupferdraht. Nehmen wir mit, Kompressionsverband und Molotowcocktail. Jetzt haben wir die Waffe. Wir haben mit der Waffe definitiv besseren Schaden. Und wie gesagt, ist auch immer eine epische 30-Schuss-Magazin. Geiles Visier drauf. Passt schon. Zwei Waffen habe ich schon erwähnt. Wir haben hier ansonsten noch ein paar Granaten. Und Mollis gibt es auch noch. Die ihr rumwerfen könnt. Da oben kommt das Kriegspaket von einem anderen. Also könnt ihr euch auch da ein bisschen positionieren und gucken, ob da einer kommt. Hier, jetzt sehen wir es nochmal. Ultimative Fähigkeit erhalten. Und auch hier unten der Energieriegel-Upgrade. Das kam jetzt einfach über Zeit. Kommt dann halt so rein. Hier haben wir taktische Atomwaffe. Oh ja, die zeige ich euch nochmal. Die ballern wir hier vorne aufs Haus drauf. Ihr seht es schon. Und das Ding ist halt auch mega geil. Dauert ein paar Sekunden und bam. Ist schon geil. Die Animation sieht irgendwie ziemlich scheiße aus, muss ich sagen. Aber man ist natürlich auch gerade in der Endzone ein mega fettes Gadget. Wenn ihr da auf einer der letzten Häuser, wo eure Gegner drin warten, so ein Ding abfeuern könnt. Damit habe ich euch eigentlich erstmal grob erklärt, worum es so geht in dem Spiel. Probiert alle Super People mal aus. Jeder hat so seine Vorteile. Achtet halt auch immer drauf, wenn ihr Sachen craftet. Da holt ihr ja den Taschenamboss raus. Bei den Anfangsgegenständen geht das noch relativ schnell. Wenn ihr aber eine Rucksackstufe 4 oder 5 oder sowas aufrüstet, dauert das schon mal ein paar Sekunden. Also achtet da drauf, dass ihr in einer geschützten Umgebung seid. Es gibt noch eine Ingame-Währung im Spiel. Die selber hat aber aktuell noch keine Funktion und könnt ihr auch noch nicht aufladen. Wird wahrscheinlich so ein bisschen Skin-mäßig Pay-to-Win sein. Äh, Skin-mäßig Pay-to-Win, genau. Skin-technisch sein, dass ihr euch da Sachen kaufen könnt. Ist aktuell noch nicht freigeschalten. Wird wahrscheinlich demnächst noch kommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ich vergessen habe, lasst doch gerne einen Kommentar da. Ich werde definitiv in Zukunft noch mehr Videos zu dem Spiel bringen. Weil ich denke, das Ganze hat echt gut Potenzial. Gerade mit dem ganzen Crafting-System und sowas. Ist natürlich ein bisschen ähnlich wie PUBG. Hat ein paar Elemente auch von Varson mit drin und so weiter. Aber insgesamt finde ich die ganze Kombination mega geil. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Wie gesagt, free-to-play. Probiert es doch einfach mal aus. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut.